Wir dürfen gespannt sein. Die mittelgute Nachricht, pure Vernunft wird vermutlich niemals siegen. Ich habe so schmerzende Steaks statt Waden. Also ganz ehrlich, meine Beine freuen sich schon wieder tierisch auf das Leben in der Flachebene. Uns als Staatsratvorsitzenden, Ehepaar der Deutschen Demokratischen Republik erfüllt es mit Stolz, aktiv in die Produktion regionaler Produkte einzugreifen. Radon ist ein radioaktives Edelgas. Es kommt Leuten wie dir zugute, weil man sagt, ach das ist so ein Mädelsfitzerle. Am Radonbrunnen vor dem Tore. Das ist wirklich bizarr. Hey Karo. Hey Waterloo. Scheiß dir nix und tu dir nix an. Du auch nicht. Du weißt schon, ich hab dir nix an. Eine Tröte absterl. Wir sind gerade da wirklich raufgekommen. Plötzlich war so eine kleine Gletscherspalte vor mir, wo ich dachte, huch, so schön, dass ich gerade nach unten schaue und nicht nach oben. Das erklärt auch unseren völlig derangierten Zustand. Das war echt krass. Phänomenal. Auftakt. Twist. Dreifach. Spitze. Ich hab jetzt da überhaupt keine Erotik festgestellt. Welche Rolle spielt Erotik bei der Kreativität? Ich finde, wir könnten auch mal über meine Stärken reden. Und eine absolute Stärke von mir ist, dass ich zu meinen Schwächen stehe. Ich benutze zum Beispiel immer ausschließlich den Aufzug, wenn es einen gibt und niemals die Treppe. So, ja. Du gibst ja keinen Sekt her. Doch, ich schritt den da rein, was? Oh, oh. Du solltest dann. Wie bitte. Du hat jeder sein. Okay. Ich hab den Alkohol, du ist fressen. Ja. Also man kann nur sagen, die Studenten hier, denen geht's richtig gut. Jetzt sind Sie schon bei der Nutzung. Ich würde gerne noch mal vorher fragen. Und zwar, dass Sie herausgefunden haben, dass sich der Untergrund aufwärmt. Ist das jetzt was Neues oder war das schon immer so? Oder ist das jetzt durch den Klimawandel auch befördert und durch die Bebauung in den Städten, den vielen Beton? Was kostet die DDR-Fahne? Ein 5 Euro. Komm schon, drei. Vier. Das einmal von meiner Leberkäsehämmel beißen und 3,50. Das können wir machen, ja. Die Flüsse, die Alpenflüsse, die noch unverbaut sind, von denen muss man einfach die Finger lassen. Wir werden jetzt eine Seilschaft bilden. Das ist fast romantisch. Ich scheiß mich so ein, ich sag's nicht wie es ist. Christkindl-Darstellerinnen in Bayern, katholisch, ja. Und die wurden jetzt gekastet. Willst du die Aktuellen sehen? Ich möchte die Aktuellen sehen. Weiber anschauen, immer geil. Also wie gesagt, die Glocken können bis zu 40, 45 Kilo haben. Dann haben wir eine Maus dran. Das hört nicht so. Hat du nie eine Frau mit Glocken gesehen, oder? Es ist kreut worden, nicht nur draußen, sondern auch ganz dir von mir. Wie kann das sein, dass in der schönen Weihnachtszeit, ich trotz meinem Pulli frier. Das höfische Protokoll ist mir zuwider. Das höfische Protokoll ist mir zu. Vielen Dank.